Hallo und Willkommen zurück zu Portal 2. Im letzten Part weiß ich immer noch nicht mehr, was passiert ist. Nö, komm. Also, ja, egal. Hallo. Erstmal überhaupt alles ignorieren. Was ist hier? Oh, ich glaube, ab hier hört es auf mit meinem Wissen über Portal 2. Ich glaube, ab hier weiß ich langsam nicht mehr, wie es weitergeht. Also, hier ist ein Knopf. Cave Johnson. Warning. Please do not test if... Also, okay. Naja, im letzten Part, wir haben herausgefunden, aus was diese weißen Platten bestehen. Nämlich aus Mondgestein. Und dass das Mondgestein Cave Johnson vergiftet hat und er jetzt todkrank ist. Also, naja, getappens, ne? Getappens. Na? Oh, direkt der nächste Raum. In Anführung? Ja, geil. This is nice. This is really, really nice. Und in der letzten Folge kam auch das G-Gamma zum Vorschein. Gamma ist Mond. Also, Mondsaft. Mondgestein. Ja. Das Giz. Nein. Nein, auf dieses, auf dieses Niveau werde ich diesen Kanal nicht verleiten. Es ist mild. Und ich glaube, das ist auch sowas von falsch. Take it back. Ich mag das gerne als, erstmal alles, alles weiß anstreichen erstmal, okay? Ja, das ist, erstmal alles weiß anmalen. So. Jetzt machen wir hier mal so, so, wo die neuen, die modernen Testräume erfunden. Ja, so. So und nicht anders. So, hier noch ein bisschen. Da noch. Okay, geil. War ein bisschen rum. Wie ist jetzt die Lösung? Dieses simplen. Es ist nicht mal ein Test. Komm, hier noch ein bisschen. Die Lösung ist, ganz einfach, ich kann hier keinen Vorteil setzen. Das ist die Lösung. Nein, äh. Hier geht's weiter. Alles weiß. Es ist schön, alles anzumalen. Ich mag, ich mag die Idee. Das ist lustig. So lustig. So lustig, dass ich lachen muss. Okay, und wo geht's weiter? Äh, hallo? Spiel? Sag mir den Weiterweg. Das kann ich nicht zusammenhören. Nein, nein, das ist zu wenig Power. Bei weitem zu wenig. So, was haben wir denn hier oben? Hier oben haben wir nichts. Und dabei wird's auch dann wohl bleiben. Und ich hab hier keine Ahnung. Muss ehrlich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Hey, der Home ist weiß. Woooow. Okay. Das hat irgendwas damit zu tun. Ich werde jetzt hier im Portal setzen. Hurra! Genau das war meine Intention. Und das haben wir wieder rüberwandern lassen. Und hier noch so. Okay. Das. Dann hätte ich das. Und das bringt genau... Ja. Okay, ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Entschuldigung, mehr geht nicht. Nee, ernsthaft. Hättest du gesehen... Ja, ja, ja. Und äh... Nee, also... Es hört jetzt langsam bei mir auf. Mith-mit wissen. Also... Gern Einwände, falls was ist. Mein Gott! Oh. Äh, nee, doch. Du hast keine weiße Bruderfläche. Ist da... Ist da... Kein Portal? Hä? Was? Ich bin grad maximal verwirrt. Nein, da kann ich kein Portal ansetzen. Das ist zwar auch weiß, aber es ist kein Mondgestein, so wie es aussieht. Ja. Ja. Okay. Gut. Äh... Komm, hier. Ähm, ich bin jetzt... Ich spiel jetzt meine eigene Portalfläche, ich mach ja alles an. Ernsthaft? Was? Moment mal. Ist... Kann das genu... Nein, nicht ansatzweise. Hm... WTF? Ich brauch Speed. Aber wo bekomm ich denn Speed her? Und von da oben? Aber wie komm ich da oben ran? Da oben ist doch kein... Da oben ist keine weiße Fläche. Okay, das wird... Das wird die erste Fail-Folge. Ne, das ist dann glaube ich sogar die zweite. Ich versuche mal ein bisschen mehr anzumalen. Vielleicht hilft's. Das Ergebnis hält sich in Grenzen. Also... Na, wo? Was? Nein. Okay. Gut. Hätten wir's geklärt. Ich spiel jetzt glaube ich nur noch ein bisschen rum, denn ich hab gar keinen blassen Schimmer. Was jetzt? Mit dem Ansatz. Ich muss wohl da hoch. Ja, ich muss da hoch. Aber wie? Wie zur perfekten Hölle? Ah! Ah! Hm... Ah... Ah... Man fällt's mir gar nicht an und ich bin die dümmste Mensch der Welt. Ich glaub, das bin ich schon ... Uff! Okay. Ich glaube, man kann sich jetzt nicht mehr viel von diesem Paar erhoffen. Ich bin gerade echt fertig. Was? Oh Gott. Ich sehe schon, kommt jeder so gleich. Bam! Facepoint. Jetzt erstmal wieder rein. Guck mal, was habe ich für Optionen von hier aus. Ich kann da raufziehen. Das ist falsch. Okay, ich will hier nochmal raus. Dann... Hier rauf. Kann ich irgendwas? Nein, dieser Kontrollraum dahinter ist nichts Besonderes. Okay. Stimmt, ich sehe irgendwo eine kleine Portalfläche, aber ich sehe sie nicht. Das ist nervig. Dezent nervig. Als ob ich das gerade im falschen Punkt gesetzt habe. Okay. Ich muss mich an der Person setzen, würde ich. Okay, ein dasselbe oder was? Verzweiflungstaten. Hurra. Das kann nicht wie viel sein. Wie baue ich Geschwindigkeit auf? Was ist denn hier? In diesem Portal hier. Hier. So, erstmal nachdenken. Was kann ich tun? Ich glaube, ich werde die Folge jetzt so lange machen, bis ich da raufgekommen bin. Heilige Scheiße. Was ist denn hier? Das ist nichts. Ich muss mich aufhören. Ich muss mich hiermit boosten. Ich versuch's nochmal. Das scheint irgendwie zu sein. Nein, nein, nein. Das kann ich gar nicht so schnell. Es muss einen anderen Weg geben. Boah, Gehirn schmilzt. Wait, was ist da oben? Hab ich bald rausbekommen? Moment mal. Was ist jetzt alles, ja? Was ist jede Scheiße? Das hat jetzt semi geklappt. Das klappt jetzt alles ingeregt semi. Semi gut. Äh, hab ich jetzt genug Quartal fliegen? Da hin, so. Okay, jetzt bin ich hier. Ich bin ein bisschen höher als vorher. Wow. Hilft's mir was? Nein. Nein. Ja, ich kann unendlich viel weißes Zeug verschütten. Lass es regnen. Wait. Ich hab die Lösung gefunden. Oh, Mann. Es kann nicht. Das kann nicht. Nein. Boah, nö. Boah, alter. Scheiß. Nein. Fuck. Alter, nein. Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Hör dich! Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnsons Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen sie vor sich haben? Ich jage ihnen das Haus in die Luft. Mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronen-Gramaten erfinden. Und damit jage ich ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Ryan Mapping. Künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder hundertmal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einschmeißen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann smiegt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. So, die letzten Worte von Cave Johnson. So, Carolyn soll den Laden schmeißen. Und Carolyn ist glados. Boah, an dieses Zitat, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon echt lange her. So, und dann diese Quälerei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Glaube ich. Ja, es ist vorbei. Also. Im nächsten Part dann werden wir durch dieses wunderschöne Emanzipationsgrill gehen. Und dann... Ähm, weiß ich selber nicht. Aber, naja, bis dahin hat man Zeit. Und ich würd sagen, ich danke fürs Zusehen. Und... Tschüss!